So, wir sollten gleich unsere Points haben. Okay, Jungs. Zack. Wo gehen wir rein? Plüschtier? Oder was machen wir? Plüschtier oder was machen wir? Kategorie? Plüschtier. Plüschtier ist absolut insane. Robbe. Das. Das. Oha! Eine Tomate. Ähm. Das ist süß. Das machen wir auch noch. Kätzchen. Bärchen. Noch mehr Bärchen. Yo. Oha. Kannst du dir noch bitte das Warnik Mario Kart V Video anschauen? Machen wir später, Bro. Machen wir später. Das hier. Okay, wir gucken, welches. Wir gucken, welches am closest ist zum Droppen. Yo. Kann man das irgendwie kriegen? Oh, das ist schwer. Die Tomate will ich. Das hier. Äh. Mori. J. Danke für den. Danke für den Zap. Oh, warte mal. Das. Können wir das kriegen? Hier ist halt so Gummi dran. Und das ist aus Plastik. Das hat halt sehr viel Reibung. Okay. Ich glaube, die sind ganz neu draufgelegt. Uuuh. Das können machbar sein. Real Talk, das können machbar sein. Was ist das hier? Oh, da spielt gerade einer. Da spielt gerade einer. Da spielt gerade einer. Zack. Oh mein Gott. Ich registriere mich. Ich registriere mich. Das ist fucking close. Das ist Real Talk close. Das ist absolut. Okay, Chad. Let's go. Wir holen uns das. Schön. 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 Gibts eine Strat? Gibts eine Strat? Unten anpacken Vielleicht in der Mitte Oh Gott, nicht das Lied Ach, obwohl das schön Am Hals Hier Wollen wir es nochmal machen? Wollen wir es nochmal machen? Willen wir es nochmal? Da 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 Und jetzt da anpacken Jetzt am Kopf anpacken Jetzt am Kopf anpacken Jetzt am Kopf anpacken Wir probieren es Wir sind viel zu weit drin Kopf anpacken Es hat absolut gar nichts gemacht Es hat absolut Gar nichts gemacht Holy shit Raus da Absoluter Giga-Scam Was ist das hier? Da müssen wir wieder in so ein In so ein Loch rein Das ist fucking unmöglich Das ist absolut unmöglich Na komm Nee 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 Das Das ist absolut trash Oh Das ist das noch von gestern Chat Wisst ihr noch? Das ist das von gestern Wo wir hier runterdrücken wollten Und es ist immer noch da Es ist immer noch da Es sind einfach 24 Stunden vergangen Und es ist immer noch an derselben Position Das war ein absoluter Giga-Scam Yo Das ist fucking süß Oh das ist theoretisch machbar Das ist safe Voll machbar Der hier Aber die liegen Die liegen sehr verdächtig da Die liegen sehr verdächtig Als würden die da so geplaced sein Damit es aussieht als wäre es easy Ich warte noch Ja hier ist einfach gar nichts Oh Oh Am Kopf Am Kopf Am Kopf Am Kopf Safe Am Kopf Das ist safe machbar No joke Schön Es geht nicht bis zum Kopf Es geht nicht bis zum Kopf Es hört beim Kopf auf Was Was Das ist halt echt frech Oh Gott Es ist Es ist absolut Das ist relaxo Einer ist da drin Einer wartet Neun gucken gerade zu Das kann man runter drücken Das kann man real talk Runter drücken Ich will mal jetzt nicht Guck mal bei dir Ich will das Ich will das jemand Das anderes das spielt Das spielt Tomate Oh ich will eigentlich Die Tomate haben Kriegt man nicht Ist zu weit am Anfang Oh Hä Was ist das denn Ist das hier verbogen Das Ding Howdy shit Was ist Was ist da passiert Hä Der Frosch Okay der Frosch ist wieder So ein So ein Scamming Andy Wir müssen da rein Dann kriegen wir den Ne Das Das passiert niemals Fünf versuchen den gerade Yo No No way Das hätten wir sein können Nein Holy shit Fuck Okay Fuck Bei Relaxo Scam Wo ist ein Relaxo Nee bei Relaxo Relaxo ist auch Scaffed 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 Absolut scaffed Scaffed Scam Das können doch was sein Tomate Wie sollen wir denn die Tomate Da runter kriegen Schmutz Oh Hat sich gerade bewegt Okay Wir checken noch ein paar andere Sachen aus Bärchen Schweinchen Ah ja ja Oh Hund im Hotdog Hund im Hotdog Delfin Katzenkissen Bärchen Nochmal die Tomate Tintenfisch Tintenfisch Früchtchen Hündchen Äffchen So Okay Yo Was ist das denn Holy shit ist der riesig Einfach Einfach drei Stäbe Beim Delfin Drei Stäbe Das ist Never Never Oh das ist anscheinend Scaffed gerade Tomate Hey die Tomate ist da drauf Aber das ist ein starker Greifarm Rein in die Tomate Die Tomate ist ein Es ist ein guter Greifarm Der ist glaube ich strong Ja Ich probier's Oh Was Okay Scheiß auf die Tomate Real talk Absolut weg Raus der Tomate Wie soll man das denn schaffen Runter drücken Kriegt man aber auch nicht hin Das hier ist Äffchen Wie soll das denn Da durch Jungs ich will euch die Tomate Holen Denkt dran Oh Oh Da kämpft gerade einer Okay was ist die Strad Was ist die Strad Hä Trash Kann man den irgendwie anders Man muss den Man muss den so hier runter drücken Glaube ich Man muss den hier runter drücken Oder Macht er nochmal Man muss den weiter vorne runter drücken Ja Ah Ah Doch nicht Das muss Hier unten sein Das muss hier sein Ausgeschopfter Waschbärhund Schmetterling Und Waschbärhund Okay wir gucken später rein Das ist noch nicht safe Na komm Scam 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 Okay Was ist das denn Wie sieht das denn aus Never Oh Oh Hm Hm Könnte was später werden Oh da spielt Da spielen fünf gerade Was ist das Das ist so ein Ah Oh Wir gehen rein Oh wir können Wir können nicht rein Get scammed Ha 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 Und Oh boing Was ist denn hier die Strat Was ist hier die Strat Runter drücken Okay Das ist hart vorangeklebt Wir haben gesagt irgendjemand Waschbänzin oder so Um den Kleber abzumachen Oh Oh Ne da ist Kleber dran Bro Das Ding ist halt Das ist Plastik Auf Gummi Er ist schon acht euro Ausgegeben Um das zu kriegen Oh Er hat No way Als ob Fuck Das hätten wir sein können Shit Oh ich will eigentlich den Brothund Aber der ist auch Hardstuck Scam Na Können machbar sein Oh das ist der Hund Im Hotdog Das ist der Hund Im Hotdog Oh Ich will den Hund Im Hotdog Real talk Ich will den Hund Im Hotdog Der ist so süß Wir probieren es einmal aus Äh Okay Oh Einmal umgedreht Wir haben ihn gewendet Wir haben ihn gewendet Als ob 180 Andy Ja aber das Ding ist der Der muss ja irgendwie Über dieses Dings drüber Das ist ja so ne Barriere Ah das kriegen wir nicht hin Oh Remfiguren Ah ja ja Drei Stäbe Andy Wie Oh 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 Da passiert was Was macht er Yo Runter drücken Da gehen wir rein Dieser Hase Wer holt das vor mir Ich hab schon einmal was gewonnen Gestern Ich hab gestern schon einmal was gewonnen Runter drücken einfach Oh Oh Mein Gott Als ob 50 Euro Ein Hund Ich glaub runter drücken Wär es oder Wenn man es Wenn man es hier runter drückt Hier muss man es runter drücken Safe call Er muss es hier runter drücken Na Trash Da runter drücken Safe oder Das steckt fest Das steckt nicht fest Na komm Er macht es nochmal Oh mein Gott Wie viele Versuche Will er denn noch Holy shit Okay Ich glaub wir werden Benachrichtigt Wenn es Oh der Otter Wir werden benachrichtigt Wenn wir Drankommen Der ist hartstuck Der ist komplett hartstuck Okay Teddybär Der was ist Sharky Teddy Miffy Cooler Hund Ketzi Oh süß Häschen Häschen Teddy Pikachu Oh das ist auch süß Den Dino will ich auch Okay Yo Hier geht es auch gut ab Der hat eine Medaille Der ist Oh der ist fucking stuck Ne obwohl Am Kopf anpacken Smart Oh mein Gott Okay Ich reserviere mich mal Kann ich nicht Sind so viele drin Fuck Sharky Hardstuck Anderer Sharky Auch hartstuck Wahrscheinlich Ja safe Oh Yo Re Danke für den Re-Sub Wo ist denn Ist der da immer noch dran Geht es gerade nicht Ist es frozen Fuck Hallo Oha der Dino Warte mal ist die Seite Gefreezt Es kostet echt Geld Leider Ja Äh Hä Chat Man bekommt die Sachen Dann zugeschickt Kostlos Warum geht der Knopf Nicht mehr Was ist das Nichts bewegt sich Oh nein Fuck Weil ich zu viele Tabs Aufmacht Never Oh es geht wieder Es geht Es geht wieder Nein aber ich muss Refresh Und dann geht meine Warte Okay Es geht wieder War das derselbe Hase Dino Skaft Jungs wo ist denn Einer der Absolut insane ist Der Skaft Jetzt muss ich jede Seite neu laden Realtalk Yo der Relaxo Die machen den Relaxo Das ist Warte, wo ist der Hase? Da war der Hase. Da war der Hase. Mach die Scam-Seiten zu. Jungs, das ist eine ganze Scam-Seite. Ich müsste alles zubachen. Na komm, hopp. Der ist fucking hässlich. Ich will den trotzdem. Ich will den. Okay, fuck it. Ich glaube, wir müssen wirklich legit alles schließen. Weil die Seiten fucking scammed sind. Zack, zack, zack. Fuck it. Bomb. Rein. Pikachu. Das. Das Ei-Ding. Miffy. Melonengeist. Jungs, der Hase war eh hässlich. Reader, der Hase war fucking hässlich. Der ist süß. Der ist auch süß. Okay, let's go. Das ist ein fucking Scam. Scam. Das ist... Das ist... Das könnte was werden, theoretisch, oder? Wenn man es hier packt... rein da. Runter drücken. Okay, fuck it. Runter drücken, Chat. Am Ohr hier. Am Ohr. Am Ohr. Am Ohr. So, hier. Okay. Oh fuck, das ist... Ich glaube, das ist zu weit. Das ist viel zu weit gewesen. Nochmal. Sorry. Nochmal. So. Oder ist das zu wenig? So. Junge, dieses fucking Plastik. Es bewegt sich kein Stück. Es ist absolut hardstuck. Es ist absolut hardstuck. Real Talk. Es ist absolut hardstuck. Die Sachen sind komplett hardstuck. Den will ich eigentlich haben. Ich liebe den Melonengeist. Der war schon gestern da. Uh. Ist der machbar? Never. Der ist never machbar. Brot Andy. Der ist auch süß. No. No Megalul. Der ist fucking trash. Pikachu. Absolute Jumbo. Scam. Das lassen wir offen. Okay. Mario. Kleidchenfrau. Ziggy. Kürbis. Hündis. Wollt ihr Tom von Tom und Jerry? Ja. Safe, oder? Zungenlord. Miffi. Bärchen. Brötchen. Den haben wir gestern. Den haben wir uns gestern geholt. Den Hund. Den hier. Den haben wir uns gestern geholt. Der ist. Der war fucking sick. Der war. Oh mein Gott. Ist der close? Yo. Never. Obwohl, wenn man das Bein. Wenn man das Bein runterdrückt. Zack. Fällt das runter. Der ganze Bro fällt runter. Wenn man das hier runterdrückt. Drückt. Fällt alles runter. Am Kopf kann man nicht anheben. Weil es zu schwach ist. Hä? Der Kran kommt da unten nicht an. Not gonna happen. Ich versuche was, Chad. Wenn das klappt, muss jeder von mir 10 Gifted Subs geben. Äh, jeder von euch. 10 Gifted Subs. Mir. Wenn das klappt und wenn es nicht klappt, mache ich gar nichts. Alter, der Leg. Oh. Oh mein. Der Kran. Okay, der Kran kommt nicht runter. Das ist ein absoluter Scam. Das ist ein absoluter Scam. 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 Oh. Das ist fucking süß. Aber das ist ein absoluter Scam. Scam. Das muss so eine Schräge ist und man muss die Sachen runterdrücken. Wer ist er? Wer ist er? Drei Stäbe Andy. Never. Plastik Andy machen wir auch nicht. Die sind alle viel zu weit in der Mitte. Scam. Super Mario. Scam. Warte, das versucht einer. Versucht das einer? Oh. Trash. Er ist raus. Boah, das wäre so krass machbar. Aber hier ist Gummi, hier ist Plastik. Das hat eine fette Reibung. Das klebt aneinander. Was ist denn Spezialeffekte? Yo. Ramen Rider Zero Bowl. Holy shit. Schicksal. Spiel. Uuuuh. Spiel. Let's fucking go. Kissen. Kern Anime. Uuuuh. Okay, Jungs, wir gehen jetzt all in Weep-Mode. Wir gehen jetzt all in Weep-Mode. Ach du Scheiße. Jo, rein. Oh mein Gott, Floppy von One Piece. Dings hier. Luna von Mädchen-WG. Okay. Das hier ist ein Scam. Das hier ist die Tasse. Absoluter Gigascam. Das ist die hier. Was? Never. Oh. Ist das möglich? Winnable, wenn man es hier anpackt. Winnable, wenn man es hier irgendwie anpackt. Nie im Leben. Chat, wenn ich das hole. Und lista. Ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder anpackt. Ich bin immer wieder anpackt. gemacht. Es hat absolut gar nichts gemacht. Scam. Yo. Warte mal. Actually, wenn man es da rein, wenn man es da rein macht, wenn man es da rein macht mit diesem Dings, mit dem Greifer, wenn man den Greifer da reinsteckt, wenn man den Greifer Wenn man den Greifer durch das Loch reinsteckt. Ich probiere es aus. Zu weit. Zu fucking weit. Zu weit. Er öffnet sich nicht so weit. Absoluter Giga-Scam. Wie, wie, wie klein. Es war, da ist Input-Lag drauf, Chat. Da ist fucking Input-Lag. Das ist 8-Sekunden-Input-Lag. Ich habe gedacht, das öffnet sich, das öffnet sich weiter. Ich habe einen T-Sekunden-Input-Lag. Da ist ganz gut. Ich habe einen T-Sekunden-Tack. Ich habe einen T-Sekunden-Tack. Ich habe einen T-Sekunden-Tack. Oh mein Gott. Smart Andy. Das geschenkt. Das wäre dumm, wenn wir das nicht machen. Da. Rein. Und hoch. Was? Hat er es einfach nur hochgehoben? Hä? Warum hebt er es denn einfach nur hoch? Warum macht er es nicht da rein? Warum geht er denn nicht zurück? Was ist das denn für ein Gigascam? Wie soll das denn gehen? Hä? Raus da. Die Anime-Figuren sind ja noch mehr Scam als die Plüschtiere. Ja, das ist ja ein absurder Scam. Yo. Yo, das hängt da nur so ganz leicht dran. Das ist ein Kirby-Kissen. Das hängt da nur so ganz leicht dran. Was, wenn wir es reindrücken? Was, wenn wir es reindrücken? Ganz hinten hochziehen? Man muss es eigentlich so nach der Links ziehen, ne? Jetzt sind da Stream-Sniper drin. Jetzt sind da fucking Stream-Sniper drin. Gerade, ich beöffne es auf einmal, auf einmal kommen die Stream-Sniper. Real Talk. Was? Wehe. Trash. Sniping Andys. Meine Taktik ist besser. Ich sag's dir nicht. Sonst wissen sie's. Absoluter Trash-Stream-Sniper-Andy. Komplett Trash. Komplett insane gejoked. Achtung, check das aus. Hold it. Das ist es. Was? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Noch einmal. Noch einmal. Das Kissen holen wir uns. Das holen wir uns. Das Kissen holen wir uns. Nochmal. Ein Try noch. So. Was? Das hat... Hat es doch immer die... Das war doch am Anfang ultra stark. Das war doch am Anfang ultra stark. Jetzt warten da drei Leute drin. Wir machen es nochmal. Aber andere Taktik. Das hier. Oh mein Gott. Yo. C, Z, Z, Top. Danke für den Resub. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Real Talk, wir haben es. Das Kissen gehört mir. Wir machen nochmal unten. Wir machen nochmal unten. Wir machen nochmal unten. Wir machen nochmal unten. Aber diesmal ein bisschen weiter in der Mitte. Diesmal ein bisschen weiter in der Mitte. Und wir haben es. Oh 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 mein Gott, wir haben es Achtung, wir haben es Es hängt nur noch an einer Spitze 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 Wir haben es, Chat Drei warten, ich bin dran Ich bin dran Zwei Euro Kissen Für 20 Euro geholt It's coming Ah Ah Was Was Nochmal Was war das denn? Guckt ja der Seidenbetreiber zu Hat das jetzt geriggt? Holy shit Das ist unseres Runterdrücken, Chat Runterdrücken 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 Wir drücken es runter Komm schon Drück runter Drück runter Drück runter Drück runter Drück 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 Er drückt nicht Er drückt nicht Er drückt nicht Er drückt nicht. Nochmal. Wir haben so viel dafür gekämpft. Ich will es jetzt haben. Komm schon. Beweg dich einfach nur ein bisschen. Einfach nur ein bisschen drehen. Ein bisschen drehen. Komm. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Okay, wo drücken wir, wo drücken wir? Hier unten, oben, unten, oben Unten, oben, oben, unten, oben, unten, oben Unten Wartet ab, Chat Wartet Junge, es ist nur ein fucking Kissen Real Talk, es ist nur ein scheiß Kissen Oben ziehen Wie kann man denn oben ziehen? Ich mach jetzt, ich mach jetzt oben Ich guck jetzt oben, ob da genug Grip ist Das ist so close Ich drück jetzt einfach in der Mitte Ich drück jetzt einfach in der Mitte Das ist es Drück Drück doch, du Arsch Der kann nicht drücken Noch zwei Trice, wir gehen all in Ist mir scheißegal, ich will dieses blöde Kissen haben Hier, ne Greif 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 Das ist zu weit unten Das kann nicht mehr greifen Es kann nicht mehr greifen Es ist zu weit unten Es kann nicht mehr greifen Es ist zu weit unten Es kann nicht mehr greifen Das greift nur noch da in der Mitte Wir haben noch einen Try Was machen wir, Chat? Was machen wir? Oben 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 nach links ziehen Wir ziehen oben nach links No fucking way Let's go Wir haben es No way Wir haben das fucking Kirby Kissen Es ist absurd hässlich Scheiß drauf 50 Euro dafür ausgegeben Wir haben es Wir haben es Wir haben die Seite ausgenommen Wir haben absolut Gewinn gemacht Holy shit No way Guck mal wie mad Fünf Leute haben gewartet Alle raus Alle gerage quittet Der Gott hat gespielt Einfach beim letzten Try Ich hab nicht belieft Ich hab schon drauf gewartet Dass wir jetzt gleich Dass wir jetzt gleich Den anderen zugucken Wie sie uns rollen Oh no way Chat let's go Easy clap Das war so easy Das war so easy 50 Euro Gut investiert Sehr gut investiert Und ich hab ich mir